Was schaust du jetzt so grimmig? Ich hab dich nur ein bisschen geschubst. Was hab ich denn jetzt gekriegt? Eine Granate. Ah, Item-Komponenten, das ist sehr gut. Sag mal... Wie oft stehst denn du in dem Spiel? Du stehst doch da hinten auch noch... Ah, nee, nicht ganz. Ah, da vorne steht dein Zwillingsbruder. Möchte ich mal kurz anmerken. Äh... Da ist noch was. In diesem Spiel gibt es so viel zu lesen. Das ist unfassbar. Ach, weil du Scheiß... Kackvorhangs... Hotding. Ach, Protein-Farm kennen wir schon. Ähm, man muss es ja nicht einmal vor zwei Wochen machen. Ich weiß ja, was passiert. Also kann ich immer wieder eine Zusammenfassung machen, wenn es länger her ist. Ja, schon, aber... Kannst du nicht aufpassen? Nö. Aber ich glaube auch nicht, dass wir das innerhalb von zwei Wochen hinkriegen. Ich glaube, das ist eher so... So ein Ding für... Das war ein Monat. Lass den Scheiß! Äh, Chrom-Night-Love. Chromans-Maske schimmert im Licht der untergehenden Sonne. Er war wie ein Leuchtfolger der Hoffnung in der finsteren, dieser verderbenden Stadt. Das Zillis Herzstück schneller, ihre Beine zitterten und heißes Blut durchfloss ihre Adern. Noch nie war sie so aufgeregt gewesen. Er sah sie an, seine starke männliche Gestalt, turmhoch über die blutigen Leichen des Konzerners, der noch vor wenigen Augenblicken versucht hatte, Lucillis Tugend zu rauben. Was ist los mit mir? dachte sie verzweifelt. Wieso er? Wieso ich? Hunderte von Fragen brannten ihr auf der Seele. Doch als sich die Lippen schließlich öffneten, stellte sie nur diese eine. Wer bist du wirklich? Chromans Metallhände umstoßen durch Lucillis warmes Finger... Ach Gott. Warme Finger. Die Berührung ließ sie zusammenzucken. Du weißt, dass ich dir das nicht verraten kann. Sie werden dich finden, dir mein Geheimnis auf brutalste Weise entreißen und dich dann töten. Ich. Nichts davon kümmert mich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Sie konnte sein Gesicht nicht spüren, sein wahres Gesicht unter all dem Chrom. Doch plötzlich erschien ihr seine tiefe Stimme entrückt. Was du liebst, ist nur ein Traum. Du weißt nicht, wer sich unter dieser Maske verbirgt. Es ist mir egal, wie du aussiehst. Was, wenn ich entstellt bin? Ich kann mir eine Operation leisten. Und wenn ich ein Android bin? Das ist mir egal. Was, wenn... Abrupp ließ Lucille los und riss sich die Maske vom Gesicht. Vorher stand da mita de la vele. Ich eine Frau bin. Lucille stand, wie vom Donner gerührt, im... Ein Sturm aus Emotionen wütete in ihrem Inneren und dann ganz plötzlich legte sich der Sturm. Mit einem warmen Lächeln berührte sie das Gesicht ihrer Retterin. Die Wolken verzogen sich von ihrer Seele und zum ersten Mal in ihrem Leben hatte sie Klarheit. Mit einem Grinsen auf den Lippenflüster, die flüsterte Lucille, wie oft musste eine Frau ihrer Liebe geschehen, bevor du ihr glaubst. Süß. Bisschen kitschig, aber süß. Kannst du nicht aufpassen? Nö. Noch irgend... Dahinter ist noch was zum Lesen. Hier liegen es ultra viele Bücher, habe ich das Gefühl. Ihr lest sehr gerne oder ihr schreibt sehr gerne. Eins von beiden. Entschuldigung. Die Mauer. Beim Gucken habe ich teils auch Pause von einem Monat oder länger dazwischen. Das ist kein Problem. Außer Erfahrung. Okay. Ähm, ich glaube, ich wäre aber trotzdem eher für... Was Kürzeres. So wieder so ein Abendding. Warum zahlst du eine Mauer Südkalifornien von seinen nördlichen Nachbarn? Die offizielle Nusa-Antwort lautet, dass es um Freiheit und Sicherheit geht. Denn bei Nordkalifornien denkt jeder erstmal an zwielichtige Normadenfamilien, illegale Immigranten und gewalttätige Kriminelle jeder Couleur. Das heißt, die Mauer sind notwendig, damit Zollbeamte Schmuggler aufhalten können. Und dabei reden wir nicht nur über Drogen. Es gibt einen zunehmenden Markt für den Transport von illegalen Cyberware, die in alten Hangars zusammengebaut wird. Biotech-Zubehör und wertvollen Gegenständen von Orbitstationen und Mondkolonien. Und ich verstehe diese Sorgen. Ich verstehe sogar, dass man bei Überqueren der Grenze freiwillig auf sein Recht auf Privatsphäre verzichtet. Man lässt sein Gesicht scannen und sein Auto registrieren. Man wird von schwerbewaffneten Drohnen verfolgt, die die eigenen Koordinaten in Echtzeit an ein schnell reagierendes Verteidigungssystem in der Umlaufbahn weiterleiten. Alles nur für den Fall, dass man ein Terrorist ist. In der Sekunde, in der man durch die Sicherheitstore fährt, erinnert ein Militech oder wer auch immer den Aufdruck ergattet hat, die Mauern zu verteidigen. Daran, dass man sich an einem poliziellen Kriegsgebiet befindet. Und genau das ist die Mauer. Eine Erinnerung. Eine Erinnerung daran, wie zerbrechlich der Frieden und die Unabhängigkeit unserer Stadt sind. Als Bewohner von Night City sehe ich die Mauern recht häufig. Dank diesem Monster aus Beton, und das kann man sie wirklich nicht beschreiben, vergesse ich nie, was Frieden kostet. Ist das gut? Schlecht? Das muss jeder für sich entscheiden. Geh, ich sage es halt, das bestimmt für mich viel, das bestimmt für mich viel mehr ich mir mit der Ausarbeitung gebe. Für die Drachen hätte ich gerne mehr ausmachen, vielleicht kann ich ja auch mal in dieser Welt spielen. Ähm, ich sehe halt, was es für ein Aufwand ist, die Kacke zu schneiden. Dementsprechend, ja. Ich muss kurz den Vibrationsalarm meines Handys ausstellen. Danke. Ähm. Und ich komme jetzt schon nicht hinterher. Alles über Nomaden für Dummköpfe. Okay, die Sache ist einfach. Alles, was du über die Stadtmedien, über Nomaden gelesen oder gehört hast, ist völliger Unsinn. Die größte Lüge, die man immer wieder hört, ist, dass Nomade ein Job ist. Das stimmt nicht. Also seine Lebenseinstellung. Wenn du wirklich etwas über Nomaden wissen willst, musst du einfach selbst eine fragen. Glücklicherweise kenne ich schon all deine Fragen, weil man sie mir schon tausendmal gestellt hat. Kommen wir also gleich zur Sache. Erstens, warum haben die Nomaden sich organisiert? Na, warum sollten sich Millionen von Menschen, die durchs Land ziehen, nicht zusammenschließen? Außerdem, wenn man weiß, worauf man achten muss, erkennt man sofort, zu welchem Clan der Nomade gehört. Was mich zu meinem nächsten Punkt bringt. Unter Nomaden gibt es verschiedene Nations. Nations wiederum sind in Clans unterteilt. Die Clans in Familien, man er... Punkt. Man erkennt sie an ihren Farben, ihren Jacken und den Aufklebern, ihren Autos und Motorrädern. Ganz nebenbei, Nomaden nehmen diese Zugehörigkeit sehr ernst, also solltest du es ihnen gleich tun, bevor dir jemand den Kiefer bricht. Zweitens, du bekommst definitiv eine in die Fresse, mindestens, wenn du Nomaden und Raffen verwechselst. Nie vergessen, Raffenschiffs sind keine Nomaden. Sie sind ausgestoßene, geächtete Kriminelle, die entweder für irgendwas richtig Krankes von ihrem Clan verstoßen wurden, oder einfach bloß normale Verbrecher aus der Stadt, die in den Battlelands geflohen sind. Raffen schließen sich nicht zusammen, weil sie wollen, sondern weil sie keine Wahl haben. Niemand Vernünftiges würde je mit ihnen zusammenarbeiten, außer man hat einen guten Plan. Größtenteils rauben und plündern sie bloß. Frag mich nicht, woher der Name Raffenschiff kommt. Ich weiß nur, dass es angeblich was richtig Dreckliches heißt. Drittens, Nomaden nehmen alle möglichen Jobs an. Von irgendwas muss man ja leben, ne? Die Art der Jobs hängt von der Strategie des Clans oder der Familie ab. Manche arbeiten als Erntehelfer für Agrarkonzerne, andere transportieren Lieferungen für Konzerne oder beschützen ihre Konvois. Wenn man etwas über die Grenze schmuggeln will, fragt man die Nomaden um Hilfe. Wenn du deine wütenden Gläubiger oder Aktionären entkommen musst, verstecken die Nomaden dich so tief in der Pampa, dass die beim Kacken Skorpione in den Arsch stechen. Du bezahlst sie, erledigen die Arbeit, man gibt sich die Hand und dann geht jeder seiner Wege. Verstehst du es jetzt? Wenn du mehr Details wissen willst, leg dir halt mal Eier zu und rede mit einem echten Nomaden. Viel Glück. Okay, und einfach nur zum Spaß spielen oder Aufnahme, weil du machst dir echt sehr viel Mühe. Wenn, dann Aufnahme. Ego? Hallo? Und du bist falsch hier. Da werde ich einfach im Hintergrund angeguckt. Achso, da war ich gerade vorhin oben. Ich lese viel zu viel, das ist schlimm. Hintergrund, alles auf drei Bildschirme verteilt. Aber da du vorher nicht auf die Z-Bildlinie reagiert hast, hast du das wahrscheinlich nicht mitbekommen. Nein, siehste? Mach mal schneller. Also, Chi, kannst du dein Request löschen, plus hast du meine Nachricht gesagt, dann habe ich das nicht gehört. Äh, Aufnahme. Und kann ich. Und vor allem, ich habe keinen Song-Request an. Von dem ist es eh wurscht. Ich mache ihn auch nicht mehr an. Scheint, als hättest du ein Autoritätsproblem. Was? Erst Stroke, jetzt Saul. Ist er dein Anführer? Ihr Anführer. Hattest es aber eilig, dich schnellstmöglich zu verpissen. Sagen wir einfach, Saul wäre nicht erfreut, mich zu sehen. Was passiert? Du bist zum Aufnehmen. Ja. Wir kamen nach Kalifornien, weil er Veränderungen für die Alde Kaldos versprochen hat. Meinte, wir würden ein neues Kapitel beginnen. Aber du hast es ja selbst gesehen. Wir haben Zelte und einen Haufen Sand und Staub bekommen. Geiles Paradies. Ich wollte was anderes. Was Besseres. Aber Saul ist ein verdammter Feigling. Er bedeutet das Ende für diesen Clan. Das weiß ich genau. Mitch und Scorpion scheinen gute Kerle zu sein. Bessere Freunde gibt es nicht. Ich meine, an ihrer Stelle würde ich auch im Lager bleiben. Scheiße auf Saul und seine Generatoren. Aber der Clan geht immer vor. Aber ich gehöre ja nicht mehr dazu. Sie haben dich immer noch wie eine von ihnen behandelt. Du bist ihnen wichtig. Mhm. Was ist mit dir? Hast du jemanden? Nö. Hatte nicht so viel Glück wie du. Verstehe. Waren die beiden beim Militär? Sporb und Mitch? Ja. Panzerjung. Hatten Verträge im letzten Krieg. Panzerjung? Haben sie diese riesigen Transporter geflogen? Scorpion, ja. Mitch war für die Sicherheit zuständig. Mhm. Jetzt haben sie beide ein paar krasse Kampfimplantate und ein Haufen abgefuckter Albträume. Rocky Ridge. Ein leeres, staubiges Loch mitten im Nirgendwo, oder? Die Bewohner sind alle nach Night City oder sonst wohin abgehauen. Mehr muss man über den Ort auch nicht wissen. Die Gegend hat auf einen neuen Schnellstraßenanschluss gewartet. Das sollte wieder Leben in die Stadt bringen. Ist natürlich nicht passiert. Was meinst du, wie viele Geisterstädte gibt es wohl? Hunderte? Im ganzen Land? Tausende. Bin neulich die I-80 runtergefahren. Du musst nur nach Sonnenuntergang rechts ranfahren. Dann ist es ruhig. Und du hörst es. Was denn? Wie der Wind durch die zugenagelten Fenster heult und die Wüstenbüsche über den trockenen Sand rollen. So sterben Städte. Nicht mit nem Knall, sondern mit nem Seufzer. Nem Wimmern. Schön gesagt. Igo ist ein schlechter Igo? Nein. Igo, du bist schon... Du bist ein toller Igo. Du bist der beste Igo, den ich kenne. War es echt geil, dass es da auch so eine verlastete Stadt gibt. Der Einzige. Aber der Beste. Ja, lila Katze? Gut. Was jetzt? Wir müssen für die Raffen bereit sein und wir haben nicht viel Zeit. Also müssen wir improvisieren. Wir sollten uns umschauen. Der Einzige. Achso. Der Einzigste. Ich werde mein Bettchen irgendwie schlecht geraten. Okay, dann lila Katze. Gute Besserung und schlaf gut. Erhol dich. Scan die Geräte in der Umgebung. Tor. Tor. Tür. Tür. Das ist kaputt. Nichts. Und? Hast du was gefunden? Funktioniert. Keine Chance. Hier läuft. Gar nichts. Naja, das... Die Raffen kommen nach Sonnenuntergang. Wir bereiten eine Überraschung für sie vor. Wir brauchen nur etwas Strom. Wir sollten uns mal die Trafo-Station angucken. Okay. Scan die Geräte. Was? Was? Wollen dich pupsen? Warum denn jetzt pupsen? Okay. Hier stehen überall irgendwelche explosiven Sachen. Das ist nicht so gut. Vor allem nicht, wenn sie später eine... Explosion geben soll. Also, nichts Explosions, eine Schießerei. Jawoll. Meins? Wenn man schlecht ist, dann hilft das auch. Achso. Scan die Geräte. Achso, Geräte. Oh mein Gott. Ja. Aber habe ich Geräte gesagt? Habe ich das eh einfach wieder verschluckt? Meine Bedienungsanleitung. Verehrte Nutzer, wie Sie wissen, gehörten Ratten, 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 Norwegikus, zu den Hauptüberträgern gefährlicher Krankheiten. Mit dem Eradicator werden Sie den kleinen Büchstern schneller und effizient los. Finde ich aber nicht nett. Die Eradicator beinhaltet mit Giftversetzern Sprengstoff, der oben dreien Spuren von Radioaktivität enthält. Dagegen hat selbst der robusteste Nager keine Schuld. Verteilen Sie Eradicator-Geschosse überall im Haus. Wenn Sie nachts von einem nassen Knall aufwachen, hat es funktioniert. Es ist schön, wenn man mit Radioaktivität in seinem eigenen Haus rumballert. Natürlich. Ich glaube, es ist zumindest verstanden, weshalb du Kräten scannst. Okay, dann habe ich wahrscheinlich einfach das eh wieder verschluckt beim Sprechen. Ich habe zurzeit ein klein wenig Problem beim Kiefer, aber ich komme hoffentlich bald zur Behandlung. Sicherungskasten. Ich habe die Schalter gefunden, aber da ist kein Strom drauf. Keine Sorge, komm runter! Ich weiß, wie wir die Mistkerle überraschen! Okay. Ähm. Da löcke ich fröhlich vor mich hin und merke nicht, dass hier der Stream abbricht vor lauter Dingen. Wie? Kannst du nicht einfach meinen Stream abbrechen lassen? Lila! Lila! Lola, 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 lola. Lila! Ich habe eine Schere gefunden. Wie geht es Ihnen, Frau Lila? Sie toll ist W.o.w. Taxi. Ich weiß ja auch nicht, wie so es das tut. Das ist aber nicht nett. Alter, wie viel hier rumliegt? What the fuck? Entschuldigung. Ich glaube, ich habe ein bisschen was kaputt gemacht. Flaschen. Flaschen. Ich weiß nicht, ob ich das... Ich weiß nicht, ob es so klug ist, Essen mitzunehmen, das wir hier finden. Weil ich glaube, das liegt hier schon eine ganze Weile. Das ist dann irgendwie... Pfui. Yay, ich habe Geld gefunden. Okay, es hat noch eine zweite Etage. Ein Messer, lol. Ich habe den ganzen Tag verschlafen und bin schon wieder müde. Was? Du hast halt viel Schlaf. Was? Naja, erstmal hat der Lockdown. Hoffe, du kannst zum Termin. Naja, Alice. Es ist Physiotherapie. Den Termin kriege ich immer. Also, beziehungsweise es ist nicht Physiotherapie, es ist Osteopathie. Den Termin kriege ich immer. Wow. Wer macht denn da ein Kackloch in den Boden? Was? In Viro Homicide. Das klingt... Ja, das schaut irgendwie eklig aus. War bei meiner Mom nicht so vorbei. Dass er auch ein Zielfall in der Praxis war. Ich kann jetzt dazu leider nicht viel sagen. Aber Alice, erinnere mich dran, dann schreibe ich es dir nachher. Warum ich diesen Termin immer kriege, egal was es ist. Also, wenn es dich natürlich interessiert. Hallo. Ich nehme doch die Kackschere jetzt. Er nimmt mir manche... Okay. Er nimmt mir manche Sachen nicht. Da ist wieder ein Fächer. Da geht es irgendwie runter. Da war ich gerade. Weil wenn ich jetzt anfange, hier jedes Haus zu durchsuchen, kommen wir niemals weiter. Wow. Dankeschön, Spiel, für die Wegleitung. Hat mir echt mega geholfen. Das ist auch wieder was, was ich nicht aufnehmen lässt. Ich schreibe es hier per WhatsApp erst nach dem Stream öffnen. Okay. Eine Zukunft in Rocky Ridge. Ich glaube, die Zukunft ist nicht so rosig. Rocky Ridge, ein wahres Paradies Ferner vom Großstadtlärm. Ein neues Bauprojekt ganz in der Nähe von Light City. Rocky Ridge ist nicht nur ein wunderbares Zuhause zu erschwinglichem Preis. Die ersten Wohnungen können bereits reserviert werden. In hervorragender Lage mit einer tollen Anbindung dank der geplanten Erweiterung des Freeways. Nein, das vor allem bringt auch frischen Wind in die Gegend, in der es schon bald zahlreiche neue Jobs geben wird. Baut euer Haus nicht auf Sand. Baut es in Rocky Ridge. Äh... Ich glaube, ich werde den Stream auch nicht so lange machen heute. Ich merke nämlich gerade, wie unfassbar müde ich bin. Achso, ich wollte zu ihr. Okay. Also, die Kreuzung kriegt ihr Licht von der Trafostation, ja? Wenn wir den Schalter vom Verteiler auf dem Dach umlegen, geht da die Festbeleuchtung an. Verstanden? Äh... Gute Idee. Kümmern wir uns um den Strom. Ich sehe mich nach Zugriffspunkten um. Großartig. Kommen sicher eine Menge von ihnen. Wir wissen nicht, wie viele. Wir müssen sie überlisten und es dann irgendwie zu meinem Auto schaffen. Keine Sorge, ich habe ein paar Ideen. Wir spielen ein bisschen mit ihnen an der Kreuzung Klingt hervorragend Sobald sie die Lichter sehen, müssen sie nachgucken, wer das war und wieso Perfekt Okay, zuerst müssen wir an das Terminal unten Sonst ist der Verteiler auf dem Dach eh für nichts gut Am besten benutzen wir die Autobatterie zum Starten Das sollte funktionieren Warte an der Trafo-Station auf mich Das Auto bringe ich mit Okay Weil ich nämlich merke, dass ich unfassbar unkonzentriert bin Und ich mich auf das Spiel sehr, sehr gerne konzentrieren würde Aber das kann ich leider nicht so gut, wenn ich so müde bin Also so kopfmüde Und ich muss leider morgen echt früh aufstehen Huch Ein Colby-C210-Kämpfer Ich nicht hab Urlaub, ich nie So gesehen habe ich morgen auch frei Aber ich, äh Muss Äh, kochen Und das Essen muss um zwölf fertig sein Wird gemacht Versorge die Schaltanlage mit Strom Okay Das habe ich schon gelesen Gut Der Verteiler hat Strom Cool Dann lass uns etwas Spaß an der Kreuzung haben Gehen wir in Position Okay Ich nehme mal an, dass wir jetzt, äh Auf die anderen Leute warten Und warten Das würde ich tatsächlich jetzt glatt als Streamende nutzen Ich weiß, das ist sehr früh für meine Verhältnisse Das war ein sehr, sehr kurzer Stream mit so knapp drei Stunden Ähm Aber ich streame morgen wieder Morgen auch länger Weil wir müssten ja Cyberpunk wirklich durchbringen Ich will es endlich durchhaben Und Ja Das heißt Ich speichere hier Und Beende das Spiel Das ist ein sehr, 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 sehr Untertitelung des ZDF, 2020